Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindtap, beziehungsweise die erste Episode. Es ist ein sogenanntes Merging-Spiel, wenn ihr damit nichts anfangen könnt. Keine Sorge, wird alles erklärt. Wir gehen los. Zuerst sollen wir die Kiste andrücken und öffnen. So, da haben wir einen Erdblock rausbekommen. Jetzt sollen wir zehnmal auf den Block drücken, um eine neue Truhe zu erhalten. Wir bauen einen Cobblestone ab, Leute. Boom! Haben wir als Belohnung eine weitere Kiste bekommen. Da kommt ein weiterer Erdblock drauf. Die können wir jetzt mergen, also zusammenfügen. Erde plus Erde ergibt Korbel. Ne, ein Stamm, ihr kehrt, ich wissen könnt. Haben wir jetzt einen Stamm. So, lege diesen Block in deine Truhe, um später etwas Nützliches aus ihm herstellen zu können. Okay, machen wir. Quest abgeschlossen. Wir gehen in unser Quest-Menü. Stamm, wir bekommen tausend Gold-Lugetten, Alter. Geil, die holen wir natürlich ab, Leute. Ist ja gar kein Problem. Dieses Monster ist zu nah gekommen. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde von einem Zombie angegriffen, aber ich mache kein Damage. Wir müssen ein Schwert craften. Ah, deswegen, äh, aber, ach, ein Holzschwert muss ich machen. Naja, aber so geht, okay. Aber, doch, ich habe ja genug für ein Holzschwert. Ich bin ein kompletter Mannschaft-Noob. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht genug für ein Mannschaft-Holzschwert. Bam! Hammer! So, Holzschwert ist am Stissel. Jetzt müssen wir das Schwert natürlich noch... Boah, das ist ja arschcool gemacht. Wir können uns noch Rüstung craften, eine Spitzhacke, einen Bogen. Wir können noch andere coole Sachen machen. Okay, mithilfe dieses Schwerts können wir den jetzt anders belzen. Wir machen fünf statt einem Damage. Quest abgeschlossen. Jetzt haben wir eine Holzspitzhacke. Na, die wollen wir natürlich ausrüsten. Ne, wartet mal, aber vorher sollen wir hier die Quest-Belohnung abholen. Bam, bam, bam. Haben wir alles eingetütet. Außerdem hier bei dem Monster noch eine Quest-Belohnung. Haben wir auch eingetütet. Wartet mal, Leute. Wir gehen in unser Inventar. Wir haben jetzt nämlich eine Holzspitzhacke, die wir ausrüsten. Damit ist unsere Power von... Gesunken! Was ist das denn, ey? Wieso sinkt die denn? Hilfe? Reduziert den Trefferzähler beim abgebauten Block auf neun. Ah, je niedriger dieser Wert, desto besser. Was gibt es alles? Okay, Holz, Stein, Eisen, Gold, Diamant. Logisch. Netherite, logisch. Zerteiler und Drachenzahn. Das schmeckt ja komplett, alter Kram. Drachenzahn, Drachengeisel, Scherbe der Magie. Boah, oh, oh. Okay, jetzt können wir hier mehr... Ah, guck mal, jetzt hat der Steinblock nur noch neun HP. So, wir bauen jetzt mal vier ab. Ich will mal wissen, was nämlich der neue Block ist. So, jetzt haben wir vier Erdblöcke. Die merchen wir. Und jetzt haben wir einen Bruchstein. Ah, und der gibt mir passives Einkommen. Der gibt mir pro... Zwei Sekunden, drei Sekunden gibt er mir zwölf Gold Nugetten. Okay. Vier... Ah, nee, hier steht es ja. Vier pro Sekunde. Das heißt, alle drei Sekunden zwölf. Okay. Es gibt Smaragde. Gibt es auch noch? Was bedeutet... Ach so, das ist so mäßig die Real-Life-Werbung für Euros. Okay. Gut, habe ich verstanden. Wir haben neue Quests. Das heißt, wir müssen Stein-Spitzhacke, Stein-Schwert herstellen und einen Ofen. Das heißt, lass mal überlegen. Wir brauchen drei, vier, fünf, äh, acht, neunzehn... Wir brauchen dreizehn Stein. Merken wir uns. Okay. Erreiche Blockbruchstein. Haben wir geschafft. Dreizehn Steine brauchen wir. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich habe eine Special-Truhe. Nein, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Aber Kohle ist auch nicht schlecht, ne? Brauchen wir eh für den Ofen. Guck mal, wenn ich den Ofen gecraftet habe, schalten wir den hier frei, ne? Was ist das hier? Es gibt ein Dorf. Es gibt eine Mine. Es gibt noch mehr Orte. Mein Gott, was ist das hier? Die Enzyklopädie. Ah, wir können direkt auch Stämme kaufen. Also, also, Blöcke. Aber... Wir klicken hier mal ein bisschen rum. Wir haben irgendeine Quest abgeschlossen. Wahrscheinlich haben wir geschafft Kohle. Genau, so. Aber eigentlich wollte ich ja gar keine Kohle. Das war ja eigentlich wirklich kompletter Quatsch. Ich brauche ja eigentlich nur Steine, ne? Ich würde sagen, wir craften als erstes die Steinspitze, damit ich schneller die Blöcke abbauen kann. Das wäre doch klug, oder? Ist schon stärker, ne? Aber schaffen wir. Wälzen wir. Gar kein Problem. Geh mal weg hier, mein Guder. Wobei, es hat eigentlich gar keinen Sinn, die Kohle im Inventar zu lassen. Kann ich den irgendwie wieder verkaufen? Nee, Kollege. Ich will den wieder in meinem Inventar haben. Geht das? Nee. Mann, ey. Weil ich mache ja jetzt weniger Geld, wisst ihr? War ja dümpf. So. Was haben wir hier? Sieg. Nee, Werbung war mal nicht. Wir kriegen einen Pfeil. Okay, wir haben auf jeden Fall die Quest abgeschlossen, Skelett zu besiegen. Schmeckt. Ah, guck mal, jetzt haben wir einen Slot mehr. Das ist stark. Das ist tatsächlich sehr stark sogar. Oh, eine Special Kiste. Stein direkt eingetütet. Geil, Alter. Zack, zack, Stein. Jetzt brauchen wir noch ein Holz, damit wir eine Spitzhacke craften können. Aber Holz ist ja easy. So, jetzt haben wir ein Holz. Äh, Crafting. Ich weiß nicht, ob Crafting, wie es sich wie Alexa anhört, aber eher nicht. So, also meine Alexa ist gerade angegangen, falls ihr es nicht gehört habt. Okay, wir brauchen erstmal Sticks. Diese Sticks benutzen wir, äh, benutzen wir, um unsere Spitzhacke zu machen. Bam. Jawohl. Perfekt, Leute. Und die können wir natürlich jetzt direkt ausrüsten. Boom, jetzt brauchen wir einen Hit weniger. Das ist doch super. Das ist doch ein Spitzhacke. Man kann auch im Level aufsteigen. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet, also was das bringt. So, jetzt können wir hier komplett looten. Wir brauchen natürlich noch mehr Steine, ist ja klar. Und ein Holz kann man auch nochmal gebrauchen. Und wir können auch nochmal die Quest abholen. Boom. Was ist das denn? Ist das ein Zombie? Ja, ne? Ich glaube, das ist ein Zombie. Weg mit dir. Oh, Stinker. Äh, oh, ein Holzstamm. Was ist denn alles? So, bam, bam. Jetzt haben wir einen Stein, zwei Steine. Jetzt können wir direkt auch eigentlich das Schwert craften, ne? Wir gehen rein. Äh, Stick haben wir ja eh genug. Das heißt, bam, bam, zack, Schwert ist am Stissel. Wir gehen ins Inventar und rüsten unser Steinschwert aus. Sehr schön. So. Äh, das brauchen wir nicht mehr, können wir verkaufen. Das brauchen wir auch nicht mehr, können wir verkaufen. Nice. Das sieht auch spitze aus, Leute. Sieht auch 1A aus. Quest haben auch geschafft. Boom. Jetzt ein Ofen. Jetzt wird es komplizierter. Jetzt brauchen wir ein paar Steine, Leute. Guckt mal, wir machen jetzt 10 Damage, aber kämpfen gegen einen Slime. Oh, ich muss hier einen Butterflyen, Alter. Der Typ hat ja so viel HP. Das ist ja unnormal, Junge. Die kriege ich ja sonst nie weg. Ah, ich habe einen Crit gemacht, habt ihr gesehen? Ein Slime-Ball. Neue Quest. Was für eine Quest? Okay, warte, erstmal hol mal die ab, klar. Was für eine Quest haben wir hier? Ach so, das war einfach nur die Meldung, dass ich es mäßig geschafft habe. Okay. Wir haben nur die Quest mit dem Ofen. Wir haben aktuell 2 Steine. Fehlen noch 6. Also es fehlt noch ein paar. Hey, du hast genug Baublöcke, um mit dem Wiederaufbau deines Dorfs zu Beginn. Okay, okay, okay. Step by Step. Ach so, so muss ich jetzt machen. Machen wir. Dorf. Das ist ein Dorf. Der schwarze Drache hat die meisten Gebäude zerstört. Du kannst das Dorf wieder aufbauen und die Dorfbewohner werden dir bei deinem Abenteuer helfen. Sieh dich um. Wow, Junge. Was, Alter? Das Spiel hat mehr Inhalte als Menschschaft selbst. Ja, es gibt eine Menge Arbeit, aber du musst mit Ackerboden anfangen. Lasst uns dies bauen. 30 Ziegel. Okay. Was gibt es denn da für Ressourcen? 5 irgendwas alle 8 Minuten? Okay. Dies ist ein Gebäudefenster. Hier findest du alle Informationen über das Gebäude und seine Eigenschaften. Du kannst es hier außerdem bauen und verbessern. Baue einen Garten. Ich verstehe nicht, wie ich das baue, weil ich habe ehrlich gesagt die 30 Steine nicht, aber okay. Ich habe ein Ackerfeld gebaut. Nice. Der Garten produziert Waren zum Tauschen mit den Bewohnern. Baue neue Häuser und tausche Waren gegen Boni von den... Okay, okay. Ja gut. Jetzt holen wir das mal ab. Jetzt haben wir 35 Waren. Okay. Gut. Ah, okay. Das sind sozusagen Baublöcke. Und jedes Mal, wenn wir etwas mergen, kombinieren, kriegen wir einfach ein Baubloch. Ich bin außerdem bald Level 2. Leute. Äh. Ach hier, es gibt's Dorfquest. Ackerboden Level 1. Boah, was machen wir denn jetzt? Alter, Smaragde fühle ich aber, ne? 200! Im Hafen kannst du 100 Waren gegen... Okay, das ist geil. Ne, wir brauchen erstmal was Loki-mäßigeres. Ist das hier vielleicht? Pflücker erhöht Anzahl an Gütern aus den Gartenbeeten auf 7. Okay, das ist schon strong, ne? Aber ich hab eh 0 Blöcke, also spielt's eigentlich auch grad keine Rolle. So, wir sind wieder beim Ofen, Leute. Back to back. Wie viel hab ich denn inzwischen? 6, 2 fehlen. Und jetzt sollten wir 8 haben. Wir gehen ins Crafting. Ofen. Zack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apropos 8. Ich hoffe, dass wir auch 8 Likes auf dieses Video kriegen. Denn sollten keine 8 Likes hier eingetroffen sein, dann werden wir jetzt diesen Ofen nicht craften können. Versteht ihr das? Oh, Leute, das waren noch nicht 8. Das waren eindeutig noch nicht 8. Oh, Leute, immer noch keine 8 Likes. Ich weiß doch auch nicht, wie ich meinen Microsoft-Dorf damit ernähren kann. Den paar Likes hier. Okay, Schmelzofen. So, wir haben Schmelzofen. Jetzt haben wir den freigeschaltet. Was kann der? Der kann auf jeden Fall mal Kohle reintun. Da können wir Eisen herstellen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt mal komplett durchmergen, um überhaupt erstmal Eisen zu erkunden. Ne? Ein Creeper. Was zum Teufel ist rot... 45 Gold gibt das? Okay, das ist schon krass. Aber ich habe halt auf Eisen gehofft und nicht auf roten Sandstein. Verdammt. Ähm... Ja, passt doch 9.000 niemals. So, so, so. So. Eisendamas doch in den Ofen mit dir. Warte, wie machen wir das? Dauert zwei Minuten. Okay. Wir gucken mal im Dorf. Ah, nee. Äh, kaufen Kohle? Ich will keine Kohle kaufen. Das ist mir Ruhe. Wir wollen unser Dorf. Was ist das denn jetzt hier? Rette den Dorfbewohner vor den Zombies. Der Schmelzofen schmilzt schneller. Ja, danke. Das ist ja komplett ein sinnloser Booster. Musst du mit den Zombies alleine zurechtkommen. Äh, zack. Schmilzeisen. Okay. Eisen machen wir ja benötigt, um mal als logischen Werkzeuge zu machen. Ja, machen wir doch. Sind wir dabei. In zehn Minuten kann ich diese Kiste... Oh. Oh. Okay, da kommen komplett kranke Sachen raus. Die wollen, dass ich das kaufe für einen Euro. Aber ich werde das eiskalt aussitzen in zehn Minuten. So ein Typ bin ich nämlich. Level hoch. Alter, man kriegt ja so viele Felder am Ende. Aber ist doch klar, weil wenn du bessere Tools hast, kannst du ja gefühlt One-Hit die Dinger wegscheppern. Es wäre geil, wenn sich das von selbst abbauen könnte. Das wäre überkrank. Äh, das wäre so geil, Alter. Es wird safe später auch geben. So, jetzt haben wir nochmal roter Sandstein. Eisen ist immer noch nicht fertig. Muss man erwarten. Ein weiteres Eisen. Kann man dann direkt hier auch noch reintun. Ist wahrscheinlich klug, wenn ich auch mal mein Goldkram auch mal ausgeben würde. Ich meine, dafür habe ich es ja schließlich, ne? Wartet mal, wir machen das mal. Äh, Quest. Ah, hier, haben wir geschafft. Boom, boom, roll, boom, boom. Ich habe ein TNT bekommen. Was zum Teufel ist denn, habe ich das jetzt einfach im Inventar oder wie? Ah ja, krank. So, da ist ein Creeper. Die Musik noch kurz. Äh, wartet mal, Leute. Die Mission ist folgender. Wir wollten Blöcke kaufen. Ein paar Kohle kaufen. Hier, zack, zack. Dann können wir das Ganze ein bisschen beschleunigen. So, wir brauchen noch zwei weitere Kohle. Ich bin pleite. Ich habe alles ausgegeben. Ja, das ist schon sehr, sehr, äh, das ist schon sehr, sehr langwierig, ne? Das mit der Eisen, Leute. Das ist schon so. Das haben wir für Quests geschafft. Ich hoffe ja mal, dass wir irgendein Quest... Stelle Lore. In der Mine kannst du verschiedene Boni und Ressourcen finden. Oh, dann bin ich ja eigentlich... Machen wir dann zuerst die Lore oder die... Aber, ja, wahrscheinlich zuerst die Lore, ne? Okay, fünf Eisen. Gut, kriegen wir hin, Leute. Kriegen wir hin. Ist in Ordnung. Können wir im Dorf irgendwas machen? Lass mal das Dorf auschecken. Dorf sieht clean aus. Ich kann auch nichts abholen. Ich kann aber 44 Sachen bauen. Sollte ich wahrscheinlich mal machen, ne? Kann ich noch ein zweites Feld machen? Das wäre aktuell am effizientesten, oder? Ne, es gibt alles nur einmal. Eisen, was ist Eisen? Da können wir uns... Ah, das ist geil. Können wir uns Eisen holen? Eigentlich ganz geil, ne? Aber es ist wahrscheinlich klüger, wenn wir erstmal mehr Ressourcen herstellen. Das heißt, hier 50. Die haben wir noch nicht, glaube ich. Ne, haben wir nicht ganz, aber bald. Aber lass mal merken, wie viel wir brauchen. Wir brauchen noch sechs. Äh, ich hab keine tausendes Markte. Wir müssen noch sechs Blöcke kombinieren. Das kriegt man hin. Ne Spinne, die kommt ja wirklich im genau ungünstigsten Moment ever. Unser Eisen ist fertig. Nice. Dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Schmelzen. So, unser drittes Eisen. Wir sind auf der Jagd nach der Lore. Was haben wir denn hier? Ah, wir haben besiegt eine Spinne. 180 ist ja aber auch wirklich eigentlich ein Witz. So, wir haben jetzt genug, um die, um die Hütte des Farmers sozusagen abzugraden. Jetzt kriegen wir hier mehr Items. So, das kann man auch upgraden. Für, ach, Smaragde nur. Ja, aber das konnten wir doch für normal auch upgraden, oder? Ah, das können wir für Steine. Okay, dann müssen wir das save mit 100. Okay, aber da haben wir erstmal null. Das dauert ewig. So, Quest abholen. Dorfquest wahrscheinlich. Jawohl. Boah, was ist denn das hier? Baue Hütte des Jägers. Voraussetzung Verzauberungstisch. Tränke. Wisst ihr, was natürlich auch eine Taktik wäre, die man auch fahren könnte? Man beschränkt sich gar nicht so krass auf das Craften, sondern hebt sich ein wertvolles Item im Inventar auf, was dir einfach... Ja, wobei, okay. Och, was ist er denn? Wither Skeletten jetzt schon? Warum ist denn jetzt schon so ein starker Mob am Start? Äh, Eisen rein, Kohle rein, Schmelzen. So, das ist unser viertes, ne? Wir sind schon weit. So. Leute, ich hab ganz schlechte Nachrichten. Also, diese Zeit, die bei der Special-Kiste abgelaufen ist, hieß nicht, dass ich sie dann for free kriege. Das hieß, dass sie dann gelöscht wird. Ich hab jetzt einfach gar keine. Das ist ja, äh, sehr bedauerlich. So. Wir haben aber verschiedene Missungen. Wir braten gerade unseren letzten Eisenblock. Des Weiteren sparen wir auf 80 Baublöcke. Ne, wir haben aktuell 64, aber das wird jetzt, sobald ich alles voll hab, sehr geboostet werden. Damit wir die zweite Farm da bauen. 80 Baublöcke, Armer. Ab ins Dorf. Wir bauen die zweite Farm. Die bringt nämlich auch nochmal 5 in 8 Minuten. Das ist relativ krass. Das haben wir auf jeden Fall unser Einkommen stark erhöht. Wir müssen aber wirklich als nächstes irgendeine Trading Station bauen, weil sonst haben wir hier am Ende Limited und wir können es gar nicht ausgeben. Aktuell fehlen uns die Gebäude noch dafür. Quest abholen vom Dorf. Ja. Nehmer. Ofen abholen. Nehmer. Crafting. Lore. Bam, 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 bam. Herstellen. Ah, Quest abgeschlossen. Lore. Belohnung tübt mir auch ein. Bam. Sehr schön. So. Was kann denn die Mine? Sprenge einen der Blöcke. Bam. 10, du erhältst 10 Minuten Einkommen. Ich kann alle, ach ich hab ein 6-stündiges Einkommen. Okay. Ich kann alle 24 Stunden den TNT holen. Oder ich krieg einen TNT so. Oder Craft den TNT. Dann kann ich in der Mine sprengen und dann krieg ich halt verschiedene Boots. Und ich hab jetzt zum Beispiel halt auf meinem Einkommen basierend insgesamt 750.000 Golden Gärten bekommen. Jetzt bin ich... Ah, ich bin angeschreich. Alter, das ist ja wirklich... Äh... Wir wollen Rüstung craften. Wir wollen Eisenhelm craften. Okay. Ja gut, das bringt mir aber... Ach, Eisenblock bringt mir so gesehen. Also nix. Oder wie? Jetzt kann ich aber roten Sandstein kaufen. Okay. Wir haben sehr viel geschafft in der ersten Folge. Wenn ihr wollt, erst in einer weiteren Folge mehr Mobs besiegen. Dass wir die Jägerhütte freischalten. Den Verzauberungstisch. Dass wir Alchemie erkunden. Und dann noch gucken, was es für noch stärkere, blöckige, bessere Tools kraften so drauf aufbauen. Und, und, und. Flankt den Like-Button. Klickt jetzt auf das Video, um direkt zum nächsten Video zu kommen. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Dann sehen wir uns gleich dort. Euer Benson. Ciao.